Oha Bauunternehmen Howard Rock Strombreaker Bank Bunker Verbindliche Kosten vor Anschlalalalak Da krieg ich einen Anschlalalalak Unterschrift ziehen Sprescott Hier haben wir ein Computer, ja? Was steht denn hier? Ich muss Infos zu Rachel finden Soll ich den schon benutzen? Äh, was steht denn da? Notiz Ansehen Neven, ich hab dir gesagt, ruf mich nie von deinem Handy aus an Nur von den Wegwerfhandys aus, die ich dir gegeben hab Ich will nicht, dass du meinen Namen öffentlich rausposaunst Was du idiotischerweise schon mal getan hast Ich habe all das nicht in die Wege gleitet und meine Weisheit geteilt Damit du es mit deiner jugendlichen Wut versaust Wir können zusammen eine Menge erreichen Aber du musst dich vor mir leiten lassen Oder du bist auf dich allein gestellt Computer benutzen Na, warte noch eben Warte, warte, bevor ich mich jetzt Bevor ich jetzt hier die Sachen durchsuche Wow Kannst du dir vorstellen, was in dieser Runde zu spüren Das ist eine originales Bildung Das ist eklig Was ist denn das da oben eigentlich? Ich würde es gar nicht sehen Ähm Bab, 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 bab Bab, bab, bab Okay Stativ ansehen Also wer benutzt diesen fancy Tripod? Oh Gott Stellt euch mal vor Der Lehrer Der macht hier mit Der ist ja Fotograf Und zwar ein richtig berühmter Stellt mal vor Der, der, der macht hier Mit dem Prescotts gemeinsame Sache Obwohl der Typ ja eigentlich recht gut rüberkommt Muss ich mal ehrlich sagen Aber stellt euch das mal vor Ah, glaub ich ja nicht Weil, ah egal Machen wir erstmal weiter jetzt, ja Okay, mit ihr können wir nicht reden Ja, komm dann Äh, ja komm Dann gehen wir jetzt erstmal auf den Computer Wow Oh mein Gott Nein Wow Wow Oha Das ist jetzt heftig Chloe Hier geht was ganz komisches vor Vor sich Was ist hier los? Come on Come on Let's see what this shit is all about We are Okay A binder marked Victoria, but it's empty Look, the next one says Kate Oh no, Kate No God, I should have killed that bastard back there Kate wasn't the first All those binders are filled with other victims Victoria has to be next Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party Rachel This can't be real These are all, these are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face She's out of it Maybe, maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this She probably would have I don't think so Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard Max We have to find that spot Now Then we can see what he did There's no way she's dead No way She posed for those pictures, Max I know it Please Let's go Oh my god Rachel Kate All these files This place actually feels evil Yeah Yeah, that's say I'll tell you I'll tell you I'll tell you I'll tell you Rachel is awake and fucking furious Rachel is awake and stinks sour Rachel has passed out and she has something in her mouth Okay What happened to her? This shot is so staged I can't believe it's real I can't Here we have a box Here we have another box We can also look at the box We can also look at the box Apocalypse entertainment system Und wieder zu. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Ah, nee. Quatsch. Da haben wir schon reingeguckt. Oh, Mann. Lass uns schnell hier raus. Warte mal. Oh. Oh. Okay. Das muss die Kiste sein, die Nathan von Frank bekommt. Mehl. Gross. Ja, kommt doof an für was, ne? Okay, raus hier. Komm. Klebeband. Ja, jetzt wissen wir auch, wofür das Klebeband ist. Ja, zum Schrottplatz gehen. Oh, nein. Die sind ja noch mehr Mistkerle, als wir dachten. Aber richtig. Junge, Junge. Chloe, slow down. Wait for me. Ich weiß genau, wofür ich gehe. Schau, das ist es. Das ist es. Du glaubst? Dass sie hier verkramen wurde? Chloe, stop. Look. Please, no. That smell. Rachel. No, Rachel. No, no. Please, not her. Chloe. No, we need to come away before the light of the day. Chloe. No, we need to come away before the light of the day. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? We need to run away Before the light of the day. You know we always could move out And say, the mountain say That we could run away Before the light of the day. You know we always could move out And say, the mountain say I see two moves. I see two moves. I hope Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her. So we could get real justice. And revenge. The Prescotts have had this coming for a hundred years, and nobody is going to get in my way. Especially with your help, right? I'm with you to the end, Chloe. You know that. Oh shit, this is like that eclipse. You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? Jesus, Chloe, look up at the sky. Wow. Beautiful. I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. What is that? Wait a minute. That's not normal. What is happening here? Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you alright after today? I'm glad you stopped me. Nathan is dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? Well, if you consider half a beer drinking. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world. So, I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I know. I'm a pain in the booty. Just one picture. Uh... Action. We've got no time for this shit. Come on, Max. Sorry. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra-violence. I never hit anybody like that before. I was always the one getting my ass kicked. Hey, we still need your expert help. If you see Nathan, text me immediately, okay? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. Wow. Hi. Can I take your coat or anything? No, I didn't see any tablet with cat pics. Okay, Chloe. Where the hell are you? Oh, now is Chloe away. I hate to touch all these clothes. It's over. We need to see her again. We need to see her again. But what... ... is happening right now? It's going to be very interesting right now. But let's go on. Let's go on. Wow. Hi, Stella. Hey, Max. Welcome to the end of the world. Do you want me to check anything in? Oh, no thanks, Stella. Have you seen Nathan yet? No, thank God. That boy creeps me out. Wait, some girl just asked about Nathan before you came in. I don't find the name for the party. Yes, yes, I find it very interesting. Yes, yes, he is very interesting. Nathan is beautiful. What a girl. What a girl? She had blue hair, dressed like a punk. I've seen her putting up those Rachel Amber posters. I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you. So why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member. Screw that. I'm here for the job. Wer hat dich angeheuert? Irgendwas ungewöhnliches? Ah, 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 um... Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money, even with my job and scholarship. I'm not cool enough for this school. Yes, you are, Stella. You're smart, honest, and you bust your ass for Blackwell. I hope everything turns out your way in the end. Aw, thank you, Max. I really appreciate that. Hey, your face looks so intense. Are you okay? Uh, no, I'm actually not okay. I... I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. This is homework, not a party. I'll text you if I spy him. Good luck! Okay, thank you. Thank you, thank you. Na dann, betreten. Good luck, yes. Oh my God, all my God. Oh, my God! Oh, my God! That was awesome! Woo! It was awesome! If I were like this like you strike me, Wir müssen Nathan finden und ihn aufhalten. Ja, Victoria sehe ich auch nirgendwo. Aber hier ist Brooke und auch Daniel. Hey, Daniel. Bist du doch gekommen? Sehr gut. Ja, Max, du hast Interesse. Ich kam nur zu der Party wegen dir. Ich bin glücklich, dass du dich aus und vor sehen möchtest. Hast du heute Abend Nathan Prescott gesehen? Nein, ich habe mit Brooke gehalten, seit ich hier bin. Max, bist du okay? Dein Gesicht sieht so ernst. Ja, ich weiß, es ist auch so. Mir ist ganz schön ernst, wenn du wüsstest, was vor sich geht. Ich weiß nicht, ich bin nicht in Party Mode. Sie sehen, du bist auf eine secret Mission. Das ist dort, wo es endet wird. Für Rachel's sake. Oh, Max, du brauchst ein Blackwell Break. Ich nehme Brooke zu einem Miyazaki Show in Portland. Wenn du willst, dann mehr die Merrierst. Danke, Daniel. Ich muss jetzt auf meine Mission sein. Ich hoffe, dass du auf deinem Haus bist und bist ein großartiger Artist. Ich werde bald bald in einem Museum sein, Max. Adios. Adios. Hallo, Brooke. Max, ich habe nicht erwartet, dass du in einer Vortex-Club-Party zu sehen. Ich habe das auch nicht erwartet, aber ich muss wirklich Nathan finden. Hast du... Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Und ich schaue ihn nicht, also ich wahrscheinlich nicht heute Abend. Ich liebe diesen Scrub. Und seinen Club. Gehst du aber auf die Party. Hm, naja. Du bist nicht der einzige. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, heute Abend. Ich habe ihn gesehen, heute Abend. Nein, ich war zu Dan. Er hat mich mit ihm zu den Portland Art Museum this weekend. Oh, das ist so schön. Ich bete Daniel wird ein sehr guter Museum-Guy. Ich bin mehr into Science als Art, aber ich bin ein Kind von Fan-Gurl, aber ein Kind von Fan-Gurl würde missen eine Miyazaki-Exhibition. Du bist nicht so, Brooke. Du hast nur versucht, deine Leben zu leben, ohne all diese Bullshit. Wie alle von uns hier. Du siehst so wunderschön. Und ich bin ein bisschen invincible. Ich glaube, dass Schnee und Eclipse dir Superpowers gaben. Check, um zu sehen, ob du fliegen kannst. Ich weiß nicht, ob das so gehen würde. Nee, ich glaube, das bekommen wir so nicht hin. Mit dem Flugzeug, ja. Aber so nicht. Doppelter Mond. Ja, danke. Hallo? Doppelter Mond? Keinen interessiert's? Oder wie sieht's aus? Also, das ist sehr seltsam, wie die Leute darauf reagieren. Vor allem auch Chloe. Ich weiß, sie ist gerade ziemlich aufgewühlt. Das kann ich voll nachvollziehen, aber... Hallo? Zwei Monde? Die ziemlich nah beieinander liegen? Von hier unten aus gesehen? Hallo? Okay. Okay. Nur mit deinem Drone. By the way... Habt ihr den verrückten Doppel-Mun da vorne gesehen? Max, wenn ich einen Doppel-Mun da vorne sah, würde ich sagen, dass es wirklich das Ende war. Well, die Nacht ist noch jung. So sind wir, Max. Also, wir planen einen Drone-Name. Achso, oder haben wir den echt nur gesehen? Niemand scheint zu wissen, wo ich bin. Okay, machen wir jetzt mal weiter. Getränke ansehen. Energie-Drinks. So sind unsere Energie-Drinks. Ich weiß, dass jemand das hat. Hier ist Courtney. Hier ist Courtney alleine, ohne Taylor oder Victoria. Aber warum? Ja, wo sind die? Das ist eine gute Frage, ne? Oh! Nein! Wir müssen mal wieder sie retten. Wir müssen sie wieder retten. Sie wurde gerade darunter gestoßen. Wir retten dich. Ja, leiser. Warte, das wäre zu spät gewesen. Ein bisschen weiter zurück spulen. Warnen! Ich bin auf. Ich bin auf. Natürlich, mein Objektangel ist immer wieder auf. Sie schützt mich aus der Kroll-Werld. Sie schützen mich aus der Kroll-Werld. Danke dir wieder. Kein Problem. Schmetterlings-Effekt. Kein Problem. Machen wir doch gerne. Ich bin froh, dass Sie hier sehen können. Ich bin froh, dass Sie hier sehen können. Ich bin froh, dass Sie hier sehen können. Dannusal yaş mit. Immer wie unterziehen.